Hallo, ich bin die Laura, ich bin hier im Umweltcampus Birkenfeld auf der Firmenkontaktmesse. Ich spreche hier mit Herrn Moosmann von der Arbeitsagentur Bad Kreuznach von der Zweigstelle Birkenfeld. Herr Moosmann, können Sie uns kurz erklären, was der Karrierservice alles anbietet? Ja, sehr gern. Seit etwas über einem Jahr betreiben wir hier diesen Karrierservice gemeinsam mit Ihrem Hause hier. Wir stehen Fragen für die Studenten zur Verfügung und sind einmal in der Woche hier, immer mittwochs. Und ich mache das gemeinsam mit einem Kollegen. Ich selbst komme, wie Sie schon sagten, von der Geschäftszelle Birkenfeld. Bin hier für Menschen zuständig, die arbeitslos gemeldet sind, aus dem akademischen und auch nicht akademischen Bereich. Der Kollege Setz ist jemand, der in den gymnasialen Oberstufen seine Arbeit verrichtet und bereitet dort Schüler auf das Arbeitsleben vor, beziehungsweise auf das weitere Studentenleben. Vielen Dank. Das heißt, die Studierenden, Interessierenden können einfach ins UCB-Gontag kommen und dort ihre Fragen stellen. Es hängt eine Liste aus. Jeder, der möchte, kann sich eintragen und mit seinen Fragen und Problemen zu uns kommen. Und wir versuchen das dann halt gemeinsam zu besprechen und Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Vielen Dank für die Auskunft und tschüss. Vielen Dank.